Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Quick Review. Ich habe den neuen Maybelline Superstay Activewear Concealer in der Drogerie gefunden und wir werden ihn heute in kürzester Zeit für euch in einem langen Test für mich auf Herz und Nieren prüfen. Heute ohne Color Correction. Ich sehe aus, als hätte ich sieben Wochen lang im Berghain auf dem Boden gelegen. Aber das ist nicht so schlimm. Hoffen wir mal, dass der Concealer das Problem lösen kann. Ihr wisst es, ich habe ja so eine kleine neue Art und Weise, Content hier zwischendrin zu machen. Es gibt natürlich die drei Hauptvideos, aber zwischendrin dachte ich mir, wenn es einzelne Produkte gibt, die es meiner Meinung nach wert sind, ein Video zu bekommen, aber nicht unbedingt einen 20-30 Minuten Kinofilm brauchen, machen wir diese kleinen Quick Reviews und heute, wie gesagt, mit diesem Concealer, der angepasst an die Foundation ist. Die Foundation wurde ja auch so ein bisschen neu gelauncht vor, ich glaube Anfang des Jahres, vorher war es die Superstay. Ich blick's ehrlich gesagt nicht mehr. Der Concealer ist aber ganz spannend und ich hatte ihn euch in einem Drogerie-Neuheiten-Video gezeigt und viele von euch hatten sich den auch gewünscht. Deswegen habe ich ihn besorgt in zwei verschiedenen Farben und ich würde vorschlagen, wir starten. Falls ihr neu seid und keine Videos rund ums Thema Drogerie-Make-up, Drogerie-Dubes oder Drogerie-Produkte, die ihr Geld wirklich wert sind, verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne einmal kostenlos den Kanal. Ich habe den Concealer in der Drogerie bei DM gefunden. Der ist mittlerweile aber auch, soweit ich weiß, bei allen Drogerien vorrätig oder vorhanden. Der steht in der großen normalen Theke bei den Complexion-Produkten und ich erzähle euch mal ein bisschen, was der können soll. In Deutschland habe ich ihn jetzt in sieben Farben nur gesehen. Die Shade-Range ist jetzt nicht prickelnd, wenn ich ehrlich bin. Wir haben hell und wir haben mittel. Ich glaube, ich habe sogar die dunkelste Farbe hier einmal gekauft, die es überhaupt gab. Ich kann mir vorstellen, dass die Shade-Range noch erweitert wird, beziehungsweise ich glaube, in Amerika ist die Shade-Range sogar größer. Dunkle Augenringe und Augenschatten? Obviously. Kein Problem. Der Superstay Active Wear Concealer von Maybelline bietet Tod, Deckkraften bis zu 30 Stunden Halt mit luftig leichten Pigmenten und für ein leichtes Tragegefühl. Die Vorteile. Langanhaltender Concealer lässt Augenringe und Unreinheiten sichtbar verschwinden. Komfort-Kurvenapplikator hält 30 Stunden. Das Ganze sieht recht spannend aus. Ich hatte es euch neulich in dem Video gezeigt, dass ich das Packaging sehr, sehr gelungen finde. Das ist Plastik, aber das fühlt sich sehr, sehr schwer an. Das ist ungefähr dasselbe Format wie die Vinyl-Inks von der Größe und von der Haptik her. Der Container ist durchsichtig und das Füßchen ist ein sehr, sehr schmales Füßchen. Also im Vergleich zu dem Anastasia-Füßchen beispielsweise, was ja so in Richtung Tarte Shape Tape geht, ist der wirklich sehr klein und sehr präzise. Ich habe ihn in zwei Farben gekauft. Ich habe irgendwie nicht so ganz geachtet drauf, ob sie passen. Ich habe einfach gegriffen. War vielleicht nicht ganz so schlau. Ich habe hier die 25, die so einen leichten, gelblicheren Touch hat. Und dann habe ich noch die 11. Da könnt ihr ihn einmal sehen. Also in den Farben, die es gibt, gibt es viele verschiedene Untertöne. Wir probieren es jetzt aber einfach mal aus. Und dafür hole ich euch sehr, sehr nah ran. Normalerweise starte ich ja die Videos mit einem Color Corrector unter den Augen. Das macht aber keinen Sinn, wenn wir Concealer testen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich stehe einfach jetzt dazu zu meinem Augenring und wir probieren es einfach mal aus. Das Füßchen ist sehr, sehr flexibel. Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Du kannst es richtig, richtig knicken und richtig bewegen. Finde ich gar nicht schlecht, weil du damit sehr präzise arbeiten kannst. Ich denke mal, ja, hier, krass, kannst du einfach schon mal so ein bisschen die unter den Augenbrauen ausschneiden. Die Textur fühlt sich auch sehr, sehr leicht an. Das habe ich schon gestern gemerkt. Ich blende mir das jetzt hier einmal schnell aus, um zu schauen, wie das funktioniert. Das war jetzt eigentlich nur die Demonstration für den Applikator. Und farblich ist es ein bisschen gelb. Deswegen würde ich jetzt mal so ein bisschen auf meiner Hand mischen und schauen, dass ich eine schöne Farbe hinkriege, die zu meiner Hautfarbe passt ohne Foundation. Ich wollte euch nämlich erstmal die pure Deckkraft zeigen. Und sobald ich Foundation drauf habe, ist es schon nicht mehr die korrekte Deckkraft. Deswegen mische ich mir einfach hier so ein bisschen was auf meinem Handrücken und blende mir das Ganze erstmal mit einem fluffigen Pinsel ein. Das ist natürlich jetzt dann nicht sofort die Deckkraft, die man bekommen würde, wenn man direkt mit dem Applikator rauf geht. Aber ich glaube, wir sehen schon, dass der alleine mit einem Pinsel sehr, sehr gut abdeckt. Ich habe ihn gestern auch schon mal so ein bisschen geswatcht, wenn ich ehrlich bin und habe festgestellt, ich habe ihn nämlich auf meine Hand geswatcht und habe ihn nicht gesettet, dass der wirklich antrocknet. Also das ist nicht so ein Concealer, der vier Stunden braucht anzutrocknen, sondern nach 10, 15 Minuten maximal ist der wirklich trocken und auch wischfest gewesen auf der Hand. Also ich musste echt ein bisschen kämpfen, den wegzukriegen. Und im direkten Vergleich seht ihr auch, dass der ganz schön viel Bums hat, obwohl der so leicht ist. Ich mache das Ganze jetzt nochmal auf der anderen Seite und dann gehen wir ganz normal mit unserer Make-up-Routine voran. Der Concealer hat übrigens keine wahrnehmbaren Duftstoffe, also er riecht jetzt nicht nach Blumen, er riecht einfach nach Make-up, was ich gar nicht so schlecht finde. Und er ist wirklich sehr, 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 sehr leicht. Was ich immer gerne mit so hochdeckenden Concealern mache, ist so dieses Spot-Concealing an den Stellen, wo ich ein paar Unreinheiten habe. Beispielsweise hier oben habe ich gerade einen kleinen Besucher bekommen. Da kann ich jetzt punktuell schon mal so ein bisschen arbeiten, ausblenden und brauche dann weniger Foundation overall. Alright, so gefällt mir das Ganze schon sehr, sehr gut. Wenn ihr, die meisten von euch werden nicht so starke Augenringe haben, wie ich, wenn sie keinen Color Corrector tragen, dann würde das, glaube ich, schon reichen. Was ich sofort merke, ist, er settet sich gerade. Also der ist fest, aber nicht so trocken trocken. Ich mache mir meine Foundation drauf und dann geht's weiter. Und in Windesale ist die Foundation eingearbeitet. Und Tatsache würde das schon reichen an Concealer, wenn man sagt, okay, man möchte nicht zu viel Produkt haben. Ein kleiner Trick, den ich euch gerne mitgebe, ist, den ich auch erst vor kurzem gelernt habe. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch zwei Concealer derselben Art zu kaufen, nehmt gerne einen etwas dunkleren und einen etwas helleren, sodass ihr highlighten und korrigieren könnt. Hab ich jetzt, da ist der Abstand recht groß. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal erst mit dem dunklen und dann mit dem hellen punktuell unter meine Augen. Das Füßchen gibt Tatsache auch nicht zu viel Produkt ab. Und jetzt in Kombination mit der Foundation sieht er auch gar nicht mehr so dunkel aus. Er ist sehr, sehr leicht und hätte ich jetzt ihn nicht vorher schon benutzt, würde ich sagen, dass die Deckkraft leicht ist. Vom Gefühl her. Ich blende mir das Ganze mit dem Microfiber Multitool Mini auf. Schaut gerne mal bei Magiano Formals Giacomo Cosmetic vorbei. Da findet ihr den mittlerweile auch in klein und kommt damit sehr, sehr präzise unter eure Augen. In dem Moment, wo ihr zwei verschiedene Concealer benutzt, einen dunkleren und einen helleren, korrigiert ihr mit dem dunkleren wirklich die Dunkelheit. Und wenn ihr mit einem zu hellen Concealer arbeitet, dann scheinen die Augenringe oder die lila Äderchen so ein bisschen gräulich durch. Und das wollen wir nicht. Zum Highlighten gehe ich jetzt mit der Nummer 11 hier vorne hin, hier hinten. So sieht das Ganze einmal ausgeblendet und nicht gesettet aus. Ich muss sagen, es sieht wirklich nicht so glowy aus, aber auch nicht zu matt. Ich habe natürlich jetzt auch eine Menge Concealer benutzt. Deswegen könnte es jetzt potenziell ein bisschen creasen. Wobei ich das gerne mal ansprechen wollte. Ich verstehe das Problem mit Creasing noch nicht so ganz, weil wir haben alle Falten unter den Augen und eine Flüssigkeit wird sich immer in die Falten legen. Es gibt nichts, was wirklich crease-proof ist. Man kann nur vorsorgen, indem man weniger Produkt benutzt und das einfach mit Puder fixiert. So sieht das Ganze aber wirklich, wirklich schön aus. Ich würde das Ganze jetzt trotzdem einmal ein bisschen fixieren und nehme dazu eins meiner liebsten Puder hier. Das ist das Coaty Airspun Puder und auch hier wieder das Microfiber Multitool Mini. Ich drehe das einmal um, dass ich die trockene Seite habe. Im Set sind aber drei Stück mit drin. Ich muss auch sagen, dass der gesettete Zustand mir sehr, sehr gut gefällt. Ich bin großer Freund von rosanen Concealern, das wisst ihr mittlerweile. Ansonsten hat er wirklich ganz schön gut korrigiert. Was sagt ihr? Wir starten jetzt in den Tag. Ich mache mein Make-up fertig, werde es ein bisschen fixieren und dann melde ich mich in ein paar Stunden nochmal bei euch. Ein kleines Concealer Update für euch. Es ist jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, 12 Uhr 44. Ich habe den Concealer jetzt also wirklich schon ein paar Stunden drauf. Und ich muss sagen, dass er immer noch sich nicht zersetzt hat. Meine Foundation ist so um die Nase herum ein bisschen ölig geworden. Da würde ich jetzt mit dem Microfiber Multitool Mini hier einfach nochmal so ein bisschen lang gehen, dass das alles vom Öl befreit ist. Unter den Augen sieht es aber immer noch sehr, sehr gut aus. Ich kann jetzt auch nicht feststellen, dass die Augenschatten stärker durchgeschieden haben als vor ein paar Stunden noch. Normalerweise ist es so, wenn ich kein Color Correction mache, scheinen irgendwann die Augenringe durch, weil sich natürlich einfach das Produkt nach und nach mit der Haut verbindet und die Deckkraft sich verändert und die Formulierung sich so ein bisschen auf der Haut verändert. Ist bis jetzt aber nicht schlimmer geworden als vorher. Für mich geht es jetzt in die Stadt. Es ist jetzt knapp 13 Uhr. Ich denke mal, dass ich das Frühste hier um 17, 18 Uhr wieder ein kleines Update für euch habe, weil ich einfach lange unterwegs sein werde und einen regulären Tag draußen, der nicht in einem beheizten Raum zu Hause am Schreibtisch ist, sondern ich bin draußen, es ist kalt, es wird warm. Ich werde was essen, ich bin im Wind, vielleicht regnet es nachher sogar noch, dass wir einfach nochmal so einen Härtetest haben. Bis jetzt gefällt mir das Ganze aber sehr, sehr gut. Einen kleinen Wunsch hätte ich tatsache aber an Maybelline. Sie werden es wahrscheinlich niemals sehen, falls doch. Die Formulierung davon, also diese Leichtigkeit, wenn ich hier nur einmal lang gehe, dann seht ihr, der ist nicht so cremig, sondern sehr, 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 sehr leicht. Schon fast in die, wenn man so Möbel bestreicht mit so Kreidefarbe, so ungefähr in Kreidefarbe dicke ist das, den in einem Color Correction Ton, also wirklich in einem peachy Orange Ton, kann ich mir sehr, 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 sehr gut vorstellen, dass das ein Game Changer Produkt sein könnte. Nur mal so als kleine Randnotiz. Freunde, ich bin zurück und mittlerweile ist es 17.54 Uhr. Was für ein anstrengender Tag. Aber wir wollen gar nicht über meinen anstrengenden Tag reden, wir wollen über den Concealer reden. Und Freunde, ich bin ein bisschen überrascht. Mit meinem Augenring habe ich natürlich schon sehr, sehr viele Concealer probiert und habe bei vielen immer wieder festgestellt, dass sie sehr schnell nicht mehr so deckend sind, wie sie am Anfang waren, bevor ich sie vielleicht gesettet habe oder sonst irgendwas. Hier hat sich nichts verändert. Also im Laufe des Tages, und ich habe das ganze Make-up jetzt Stunden in meinem Gesicht, ist es unter den Augen immer noch matt. Klar, die Fältchen sind ein bisschen größer geworden. Ich habe aber auch gefühlt, hatte gar nichts getrunken. Und ich muss schon sagen, dass mir das sehr, sehr gut gefällt. Die Shade Range, hoffen wir, dass es noch ein bisschen ausgebaut wird. Manchmal findet man auch andere Shades, egal ob heller oder dunkler bei Beauty Bay, glaube ich. Ansonsten ein wirklich sehr, 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 sehr guter Concealer, den ich definitiv weiter benutzen werde. Ich werde die Tage nochmal in die Drogerie gehen und die richtige Farbe holen, dass ich so ein bisschen mischen kann. Aber Qualität, gut, sehr, sehr leicht. Du hast nicht das Gefühl, dass du viel Make-up trägst. Dieser 30-Stunden-Claim, den werde ich niemals testen. Aber selbst wenn der Concealer 12 Stunden gut hält, bin ich fein damit. Und das hat er definitiv getan. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Concealer sagt. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon ausprobiert, den Maybelline Superstay Activewear 30-Stunden-Concealer. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Da gibt es eine richtig süße Animation. Und dann sehen wir uns schon ganz bald hier wieder. Tschüss!